Es ist doch kaum zu glauben, was alles passieren kann, wenn man einen Kobold hat. Das Haus kann einem über dem Kopf abbrennen. Ich meine das wörtlich. Ich glaube, wenn der Meister Eder an die Geschichte denkt, dann zittern ihm jetzt noch die Knie. Angefangen hat es, wie die meisten schrecklichen Geschichten, ganz harmlos. Es war ein kühler Tag und bei Meister Eder hatte sich zudem so viel Abfallholz angesammelt, dass es sich wirklich lohnte, im großen Eisenofen in der Werkstatt Feuer zu machen. Nun, das war nicht das erste Mal, dass der Pumuckl dabei zuguckte und wie immer am prasselnden Feuer seinen großen Spaß hatte. Er wäre kein Kobold, wenn ihm Feuer nicht Freude machen würde. Solange die Ofenklappe offen war und der Pumuckl die helllodernden Flammenzungen sehen konnte, tanzte und hüpfte er um den Ofen herum und sang dazu sein schönstes, natürlich selbst gedichtetes Feuerlied. Brassel, Tritzel, Brutzelfeuer, Brasselrot und Ungeheuer, Knister, Knaster, Knusterfeuer, sei ein Koboldsabenteuer. Brassel, Knister, Zischen, Brodeln, dazu muss ein Kobold jodeln. Holdrio und holdrie, 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 holdrie. Wie weißt du, also bei so einem schönen Feuer werde ich ein feuriger Feuerdichter und ein glühender Liedersänger und ein flammender Flammentänzer, Oberkobold. Und was wärst du? Ich? Ja, du. Ja, ich bleib aber bloß ein Schreiner, da ändert so ein bisschen ein Feuer gar nichts. Und das ist aber ziemlich langweilig, also wenigstens hüpfen und singen könntest du doch ein bisschen. Nein, 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 das kann ich nicht, das kann ich nicht, aber das Ofentirr, das kann ich zumachen, sonst wird die Hitz da herin zu groß. Nein, 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 bitte nicht zumachen, ich will das Feuer sehen. Ja, aber ich will dir nicht verbrutzeln. Ui, schade. Was ist schade? Dass ich nicht verbrutzeln will. Ja, das auch, aber noch schadener ist, dass ich das schöne Feuer nicht mehr sehen kann. Ja, ja, aber beim nächsten Mal anzünden darfst du es wieder sehen, ja? Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, ja. Also gut, Fabius, schwitzen ist ja wirklich ein dummes Gefühl. Eben. Weißt du, man sollte es nicht glauben, wie viel dumme Sichtbarkeitsgefühle es gibt. Also, dass ihr Menschen noch nie versucht habt, unsichtbar zu werden, das versteht kein einziger Kobold der Welt. Ja, ja, ich verstehe es auch nicht, Pumuckl. Leider hat ein prasselndes Feuer im Ofen es an sich, dass es mit der Zeit zu nur noch knisternder Glut zusammen sinkt und dann verglimmt. Das gefiel dem Pumuckl gar nicht. Er bettelte, der Meister Eder solle wieder ein neues Feuer machen. Der Schreinermeister, dem es sowieso schon zu warm geworden war, dachte gar nicht daran. Er ging an seine Arbeit und damit war die Sache für ihn erledigt. Nicht aber für den Pumuckl. Als der Meister Eder sich eine Zigarette anzünden wollte und gerade das brennende Streichholz in der Hand hatte, schrie der Pumuckl. Feuer! Wo? Da, 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 in deiner Hand! Ach so. Mein, hast mich du jetzt erschreckt. Das ist doch kein Feuer, sondern ein Flammerl. Flammerl! Ja, weißt du, nämlich, weil ein Flammerl, also viele Flammerl, ein Flammerl ist nicht viel, aber viele Flammerl, viele Flammerl geben ein großes Feuer. Und ich finde schon ein bisschen Feuer sehr schön. Feuer! Ja, du hättest ja Hex werden sollen, nicht der Kobold. Hexen, 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 Feuer. Na ja, man sagt so. Also, dann bist du wahrscheinlich ein Hexerich. Du nimmst das Streichholz und machst Ritsch und schon hast du ein Feuer gehext. Nein, nein, das hat nichts mit Hexen zu tun. Das kann ja jeder. Jeder? Kann ich das auch? Ja, lass mich bitte mal probieren. Du, 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 nein, lieber nicht. Einmal vielleicht. Wer weiß, was du sonst alles damit anstellst. Gerade in einer Werkstatt ist das besonders gefährlich. Dass so ein kleines bisschen Zündnis, das kann ja überhaupt nicht gefährlich sein. Das kann man ja ausblasen. Das kann ja sogar ich ausblasen. Lass mich mal bitte eins ausblasen. Bitte, 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 lass den kleinen, lieben, braven Pumuckl eines ausblasen. Ach so, von mir aus. Wenn es nachher eine Ruhe gibt. Ja, dann gebe ich eine. Schon ist es aus. Ich bin ein großer Feuerausblaser. Ja, ein gewaltiger. Jetzt möchte ich noch eins ausblasen. Nein, 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 jetzt reicht es. Es reicht gar nicht. Noch lange nicht. Bitte, bitte, bitte noch eines. Nein, habe ich gesagt. Gut, dann zünde ich mir im Silber eins an. Ich habe die Zündhalzer schon. Jawohl, ich habe sie schon. Du gibst sofort die Zündholzer her. Auf der Stelle. Nein. Pumuckl macht keinen Blödsinn. Ich mag mich nicht ärgern. Du musst dich ja gar nicht ärgern. Du musst mich nur ein einziges, aller einziges Zündholz anzünden lassen. Und dann, dann bin ich ganz brav. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag? Aber versprichst du mir, dass du nie allein ein Zündholz anzündest? Nein, 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 immer zu zweit. Also, weißt du, zu zweit ein Zündholz, das ist nicht viel. Wenn man bedenkt, dass oft ein Mensch alleine viele anzündet. Also, komm her. Da können ja zu zweit, also das ist ja... Ja, damit die Ruhe ist. Ja, es ist vielleicht besser. Ich bin dabei und wir zünden jetzt miteinander ein Zündholz an. Also, dass du aus lauter Eigensinn was anstellst. Also, komm her da. Also, pass auf. Ich zünde eines an und blase eines aus. Und hoffentlich brennst du dich dabei gleich so in die Finger, dass du nie mehr eins anrührst. Also, das ist ein Zündholz. Du musst sie hinten nehmen, da, so, da. Hast du es fest? Ja, 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 ganz, ganz, ganz. Und jetzt, jetzt fass damit über die Reiffläche. Ja, ich fahre, fahre, rutsche rum, ist aus. Ah, ist abgebrochen, das dumme Ding. Mei, du stehst ja warum da? Schau, so. Ui, ui, das machst du aber sehr gut. Schön ist das. Und gleich den Zündholzkopf nach oben halten. Ja. Wenn man nämlich nach unten hält, dann bremt man sich in die Finger. Ja, halt, 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 halt. Lass mich jetzt ausblasen. Ich bin doch ein ganz großer Feuerausbläser, weißt du. Gut, so. Jetzt darf ich, ja, jetzt, jetzt. Aber das ist das letzte Zündholz, das sich dafür verschwendet. Da. Ja, also ich, ich fahre, ich fahre ganz leicht, also so, so. Ja, jetzt mach schon. Ich, ich, ich. Ui, 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 es brennt. Ja, die Flamme nach oben halten. Es brennt, ja, 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 ist schon oben so. Jetzt bloß aus, sonst brennst du dich im Finger. Jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Jetzt ist mir die Luft wieder rausgefallen aus meinem Mund. Ui, schöne Flamme ausgepustet. Es ist eigentlich schade drum. Nein, nein, gar nicht. Nicht? Und jetzt ist Ruhe. Ja. Wenn es der Herr Pumuckl erlaubt, dann arbeite ich jetzt wieder weiter, gell? Ich erlaube es schon. Bitte, bitte, aber. Nichts, aber. Kein einziges Aber, Zündholz mehr. Nein, keins mehr. Du hast versprochen, dass du den restlichen Tag brav bist. Restlich ist lästlich. Tatsächlich hat sich der Pumuckl getrollt und der Meister Eder hat gearbeitet. Aber wie es so ist, dem Kobold schien mit einem Mal jede Beschäftigung langweilig, die nichts mit Zündhölzern zu tun hatte. Lustlos raschelte er ein bisschen mit den Hobelspänen, dann setzte er sich auf seine Schaukel und schaukelte eine Weile hin und her, dann turnte er auf den Brettern herum und dann, ja, dann sah er plötzlich auf dem Werkzeugkasten ein ganzes Paket Zündhölzer liegen. Er warf einen vorsichtigen Blick auf den Meister Eder. Aber der war in seiner Arbeit so vertieft, dass er keine Zeit für den Pumuckl hatte. Ganz leise und wie zufällig schlenderte der Kobold in eine bestimmte Richtung und hüpfte dann lautlos wie eine Katze auf den Werkzeugkasten hinauf. Habe ich doch recht gesehen, viele Schachteln mit noch vieleren Zündhölzern, wirklich lauter Zündhölzer, mit lauter feinen roten Feuerköpfen. Köpfe für Feuer, wie seid ihr mir treuer? Ja, was tust denn du da? Ich, ich, ich habe bloß, also, ich habe bloß ein bisschen Regen gespielt. Regen? Ja, weißt du, ein Zündholzregen, ja. Also, weißt du, ich wollte ausprobieren, ob Hölzer, die Feuer machen können, auch Regen machen können. Geh, 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 geh. Und wie sie das können. Hier, schau mal. Zündholzregen löscht Zündholzfeuer. Hi, hi. Du sag einmal, was habe ich denn gesagt? Äh, was hast du gesagt? Das weiß ich nicht. Dass du nie allein ein Zündholz anzünden kannst. Ja, aber ich habe dir gar keinen Zündholz angezündet, sondern ich habe bloß eins angerührt. Und von Anrühren hast du überhaupt nichts gesagt. Naja, schon, aber von dem einen zum anderen ist kein weiter Weg. Wenn du nichts dagegen hast, dann mache ich mich auf den Weg, auf den Weiten und springe zu den Zündholzern auf den Boden und dann räume ich sie alle schön wieder ein. Schließlich habe ich ja von dir Ordnung gelernt. Das ist ein gutes Mittel, um den restlichen Tag brav zu sein. Naja, schon, aber plötzlich kommst du mir auf die Idee und zündest eins an. Ja, ja, auf die Idee komme ich schon, aber man muss ja nicht alle Ideen, die man hat, in die, in die, in die, in die umsetzen, nicht? In die Dings, in die, in die, Tat, 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 Todtat umsetzen, ja. Also dann von mir aus, aber sauber einräumen, immer alle Zündholzköpfe nach der gleichen Seite legen, ja? Ja, immer nach ganz und gar der gleichen Seite. Also das wird eine Ordnung werden, du, die, die Zündhölzer, die werden aber staunen. Ich glaube viel eher, dass wir alle staunen würden, wenn der Kobold wirklich nichts weiter getan hätte, als nur wieder Ordnung gemacht. Ja, zuerst hat er durchaus folgsam Zündhölzchen um Zündhölzchen in die Schachtel geschichtet. Dann ist ihm aber eingefallen, dass man mit den kleinen Hölzern und den Schachteln auch Häuschen bauen kann. Der Meister Eder, der ab und zu nach seinem Pumuckl schaute, hatte nichts dagegen. Warum sollte der Kobold nicht ein bisschen spielen? Schließlich gab er so wenigstens Ruhe. Doch die Ruhe war trügerisch. Oh, ein schönes Zündholzschachtelhaus ist das. Und brave Zündhölzer, die gar kein Feuer machen. Vielleicht, vielleicht haben die, ob ich es mal ausprobiere, also nur ein bisschen an der Reibefläche reiben, und dann so nur so, es brennt gar nicht, wenn man nur so ein bisschen reibt. Ist gar nicht so schlimm, wenn man ein bisschen fester so ritsch macht. Und noch ein kleines bisschen fester so einfach ritsch. Es brennt. Oh, Muckl, bist du wahnsinnig? Was habe ich denn gesagt? Keine fünf Minuten kann man dich unbeobachtet lassen. Aber ich habe doch... Kein Verlass ist auf dich. Da liegen doch lauter Holzspänen rum. Was meinst du, was passiert, wenn die Feuer fangen? Alle zwei verbrennen mir. Gib sofort alle Zündholzer her. Sofort gib sie her. Aber es ist doch nichts passiert. Nichts passiert, nichts passiert. Wenn ich nicht zufällig gerade hingeschaut hätte, dann wäre was passiert. Aber... Nichts aber. Auf der Stell verlassst du jetzt die Werkstatt. Ich will dich gar nicht mehr sehen. Verstanden? Ja, aber... Nichts. Gehst nicht gleich rauf, rauf in die Wohnung gehst. Und rühren tust dich halt nimmer. Kommen wir ja nimmer unter die Augen. Und wenn's noch einmal ein Zündhäusler anröst, dann sind wir geschiedene Leute. Naus! Der Pumuckl war vor Schreck blass und der Meister Eder vor Zorn rot im Gesicht. Aber der Schreiner hatte natürlich recht. Es hätte die ganze Werkstatt in Flammen aufgehen können, wenn der Kobold mit der Flamme an der herumliegenden Hobelspäne hingekommen wäre. Er trollte sich hinauf in Meister Eders Wohnstube und setzte sich auf ein Sofakissen. Eine ganze Weile saß er so und zupfte gelangweilt an den Franzen herum, die um das Kissen genäht waren. Puh! Es ist da heroben langweilig. Keine Schaukel ist da zum Schaukeln. Kein Holz ist da zum Spielen. Kein gar nichts ist da. Und Dichten ist auch langweilig. Langweilig, lang wie Meile, meilenlang man weilen kann. Was ist dran? Ein Kobold spricht's. Nichts und nichts und nichts und nichts. Und überhaupt, ich habe Hunger. Und wenn man Hunger hat, muss man etwas essen. Und wenn der Meister Eder sagt, ich soll ihm nicht unter die Augen kommen, dann muss ich eben selber sehen, ob mir nicht etwas Essbares unter meine Augen kommt. Und von unter den Augen kommt es dann von Mund in Magen. Jawohl, ich gehe jetzt in die Küche. Langweilig, langweilig, meilen, meilen, lang man meilen kann. Was ist dran? Ein Kobold spricht's. Nichts, 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 nichts. So, da muss doch noch irgendwo ein Stück Wurst liegen. Mal auf den Tisch hüpfen. Hupf, so, auf dem Tisch liegt keine Wurst und auf dem Herd, hupf, das ist auch keine Wurst. Ui, der dafür liegt auf dem Herd. Nein, 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 Pumuckl, 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 nicht hinschauen, nicht hinschauen. Zündhölzer schön liegen lassen, nach Wurst suchen. Ob in dem Kästchen Wurst ist, ist doch immer was zu essen drin. Mal aufmachen. Oh, oh, schön bunt ist es hier drin in dem Kästchen. Oh, hoppla, hoppla, Entschuldigung, Entschuldigung. Da muss was hinausgefallen sein. Ui, was ist denn das? Eine schöne, lange blaue Schachtel. Ach, ich liebe ja blaue Schachteln. Blaue Schachteln muss ich immer aufmachen. Oh, was sehe ich da? Das ist ja, ach so, ach so, das sind ja Kerzen. Was tun eigentlich Kerzen bei den Ess-Sachen? Die gehören hier überhaupt nicht rein. Keine Ordnung, das. Kerzen gehören in Kerzenhalter, jawohl. Und wenn sie in Kerzenhaltern sind, dann gehören sie angezütz, zütz, 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 zütz. Dann kann man sie anzütz, zütz, zütz. Also jedenfalls gehören sie hier raus, die Kerzen, zütz, zütz, zütz. Und auch ein spannendes Spiel durch den Kerzenwald laufen und sehen, dass dabei keine umfällt. Leider werden aber auch die spannendsten Spiele irgendwann einmal langweilig. Kerzen sind dumm, fallen immer um, drum, bumm, schlumm. Eigentlich müsste man sie ankleben, eben beben, streben. Und dann müsste man sie anz... Künden, finden, gründen. Pumuckl, wenn du noch einmal ein Zündhützel anrührst, dann... Nein, dann nicht dann, dann... Nachher, nachher sind wir geschieden, Leute. Entschieden, geschieden. Und wenn ich sie doch anrühre, soll ich mal? Ich hab sie angerührt. Nichts ist geschieden. Ich mache sogar die Schachtel ein wenig auf, jawohl. Und ich rühre sogar zwei Zündhölzer an. So, ist ja überhaupt nichts dabei. Kann ja gar nichts dabei sein. Selbst wenn ich eines anzünden würde, wäre auch nichts dabei. Denn das kann ich ja anzünden und ausblasen. Kann ich auch. Und, und, äh... Soll ich mal? Nur ein einziges, ein aller einziges. Also ganz schnell und dann ganz schnell wieder ausberaten. Hier sind ja gar keine Hobelspäne. Man darf ja Zündhölzer nur in der Werkstatt nicht anzünden. Von der Küche hat er nichts gesagt. Überhaupt nichts. Also jetzt mal ganz schnell Ritsch machen. Ah! Es brennt. Zündholz mit Kopf nach oben halten. So und blasen. Pschsch! Aus! Feuer weg! Ah, ist gar nichts passiert. Habe ich ja schon immer gesagt, dass da nichts anbrennt, solange ich Luft habe und blasen kann. Und ich, 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 habe viel Luft. Jawohl! Ich kann damit 2080 und 13 Zündhölzer ausblasen. Jawohl! Noch eins, noch eins. Die... Ah! Der Meister Eder kommt schnell weg, weg, schnell, schnell ins Wohnzimmer laufen. So, und jetzt, dass er mich ja nicht erwischt. Dass er mich ja nicht... Und jetzt, jetzt hier schnell aufs Sofa hüpfen. So, und jetzt brav, brav aufs Kissen setzen. So, und jetzt etwas Atem, Atem holen. So, tralalala, 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 lalalala. Na nun, der Meister Eder kommt ja gar nicht. Und er ist sicher bloß fortgegangen. Also schnell wieder in die Küche, schnell aufräumen, bis er wiederkommt, damit der Pumuckl nicht aufkommt. Jawohl! Also, schnell! Der Pumuckl arbeitete für zwei. Er versteckte die angebrannten Zündhölzer unter dem Herd, er schleppte die Kerzen wieder in den Schrank und stopfte sie in die Schachtel. Alle bis auf eine. Die konnte er nicht mehr wegräumen, weil unten die Werkstatüre ging. Er gab der Kerze nur noch schnell einen Stoß, dass sie unter die auf dem Tisch liegende Zeitung rollte, sauste wieder hinüber ins Wohnzimmer und setzte sich brav auf das Sofa. Diesmal kam der Meister Eder wirklich herauf. Pumuckl! Ah, da sitzt er ja. Ja, ja, ganz brav sitze ich da da. Ja, wird auch dein Glück sein. Ja, ich, weißt du, ich, ich, ich dichte bloß. Und was ist eigentlich mit dem Hunger? Oh, Hunger, oh, oh. Ach, ist ja nicht so groß. Kannst du eine Stunde warten? Oder soll ich schnell in die Küche was holen? Nein, 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 ich kann leicht noch eine, eine, eine Stunde warten. Ich hab eigentlich überhaupt keinen Hunger. Na, ist sehr gut. Ja. Weißt, ich muss noch zur Kundschaft. Ich bin in einer Stunde wieder da. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Ich warte hier auf dich. Ja, dies ist brav. Also dann, bis nachher. Das war ja noch einmal gut gegangen. Es wäre überhaupt alles gut gegangen, wenn da nicht noch die eine Kerze auf dem Küchentisch unter der Zeitung gewesen wäre. Die wollte der Pumuckl noch schnell aufräumen. Er sauste in die Küche und holte die Kerze aus ihrem Zeitungsversteck hervor. Da fiel ihm auf, dass das die einzige Kerze war, deren Docht schon einmal angebrannt gewesen sein musste, denn der Docht war schwarz. Er betrachtete voller Interesse den Docht. Ui, ja du, 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 du warst, glaube ich, schon mal angezündet. Das war aber nicht der Pumuckl, der dich angezündet hat. Nein, 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 obwohl ich das kann. Ja, ich bin ein Anzünder. Wer nämlich Zündhölzer anzünden kann, der kann ja auch Kerzenlicht anzünden, ja. Immer. Also, wenn ich meine Vorfahren fragen könnte, mein lieber Vorgefahrener, was soll euer Nachgefahrener tun? Dann würden sie sagen, lieber nachgefahrener Pumuckl, zünde doch diese Kerze an. Ja, das würden sie bestimmt, bestimmt würden sie das sagen. Und ich, ich würde die Kerze so aufstellen, so. Dann würde ich ein Zündholz heraus tun und dann würde ich ritsch machen. Soll ich? Natürlich soll ich, weil ja da überhaupt nichts Schlimmes passieren kann. Das habe ich ja gelernt. So, zupp. So, und jetzt, jetzt brennt es. Und jetzt das Zündholzfeuer an den Docht halten. So, ui, 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 die Kerze brennt. Und jetzt das Zündholz ausblasen. Pumuckl, Pumuckl, das hast du gut gemacht. Da muss ich direkt ein Gedicht machen. Ein Kerzlichtskoboltsang gezündet haben. Stanzgedicht. Heiße Flamme, gelbe Flamme, stampfst du aus dem Feuerstamme, der da zügelt, flackert, leckt. Hab ich dich für mich entdeckt. Tralalala, lalalala. Jeder hüpft und schreit, hurra. Das war nicht eines seiner besten Gedichte. Aber es lässt sich prächtig darauf um eine brennende Kerze tanzen. Und der Kobold tanzte so schnell, dass die brennende Kerze umfiel. Er wollte sie noch festhalten, aber da war es schon geschehen. Sie fiel genau auf die Zeitung, unter der sie vorhin versteckt gewesen war. Und diese Zeitung fing sofort Feuer. Halt, nicht brennen! Warte, ich blase dich gleich aus. Du sollst ausgehen, wenn ich blase und nicht größer werden. Flamme, Flamme! Ausgehen! Warte doch! Und was mache ich? Wasser ist gut gegen Flamme. Wo ist das Wasser? Wasser ist keines da. Ich spucke, ja. Ja, spucken! Spucken hilft sicher. Das nützt aber gar nichts. Die Flamme wird immer größer. Immer größer! Aufhören! Feuer! Aufhören! Nicht größer werden! Hilfe! Feuer! Hilfe! Feuer! Du, Carly, hat da jetzt nicht jemand Hilfe Feuer geschrien? Ja, ich hab's auch gehört. Da, schau, da oben beim Fenster kommt Rauch raus. Mensch, jetzt seh ich's auch. Herr Eder! Herr Eder! Das nützt nix, der ist nicht da. Da muss man die Tür aufbrechen. Was macht's mir für ein Lärm, ihr Hundspurm? Beim Eder brennt's. Was? Oben kommt der Rauch schon beim Fenster raus. Beim Eder? Ja, aber es macht niemand auf. Die Werkstatttür ist zugesperrt. Die Tür, die muss man aufspringen. Da müssen wir ja gleich die Feuerwehr anrufen. Aber nein, nein, warten wir noch damit. Ich schau erst nach. Es kann ja auch sein, dass bloß auch so irgendwas raucht. Ja, aber es hat mir Hilfe Feuer geschrien. Im Haus beim Eder. Ob's im Haus war, wissen wir nicht. Nein, nein, die Tür geht nicht auf. Wir müssen das Werkstattfenster einschlagen und durchs Fenster neu steigen. Von da kommen wir dann in den ersten Stock rauf. Da ist ein Pflasterstorch. Schmeißen Sie den doch. Ja, also gib her. Ja, was ist denn da los? Was macht's denn ihr da? Ja, bei einer im ersten Stock brennt's. Schnell, sperren's auf, Herr Eder. Schau, schau, uns da viele Rauch. Der Pumuckl. Schnell. Pumuckli. Pumuckli. Der Pumuckl hockte starr vor Schreck und Ratlosigkeit hinter einem Bretterstapel in der Werkstatt. Der Meister Eder aber behielt trotz seines maßlosen Schreckens einen klaren Kopf. Mit Wassereimern, die sie in der Werkstatt füllten, und feuchten Handtüchern vor dem Mund, ging er zusammen mit dem Hausmeister den Zimmerbrand an. Die Buben mussten im Hof bleiben. Der Meister Eder hatte Glück im Unglück. Der Tisch stand nicht in der Nähe eines Vorhangs. Er stand flammend in der Mitte der Küche, das Tischtuch und die Zeitung waren verbrannt und die Tischplatte verkohlt. Es war gerade noch gut gegangen. Der Boden war von dem vielen Wasser ein einziger See. Also, das hätten wir geschafft. Ja, ja, gerade noch, gell? Wir sind schon entschuldig, Herr Eder, dass ich Ihre Scheiben eingeschmissen habe, nicht? Ja, ja. Aber ich habe ja nicht wissen können, wann Sie kommen. Nein, 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 das war schon recht. Ich danke Ihnen für alles. Ich verstehe nur nicht, wie das hat passieren können, nicht? Ja. Herr Eder, haben Sie eine brennende Zigaretten liegen lassen? Ja, das kann sein, ja. Ah, ja, siehst du? Ganz bloß sind Sie, Herr Eder. Haben Sie einen Schnaps da? Ja, Sie? Herr Eder, ein Schnaps könnte jetzt nicht schaden. Mögen Sie auch einen? Nein, danke schön. Mein Leber verträgt keinen Schnaps. Ach, Ihr Leber? Aber ich schicke gerne meine Frau vor, nicht? Dass ich Ihnen putzen höre, nicht? Da herinnen sieht es ja furchtbar aus. Ja, 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 furchtbar, ja. Ja, wenn ich denke, was da alles hätte passieren können, ruiniert hätte ich sein können, nicht? Ja, wissen Sie, die beiden, die beiden, die beiden haben ja zuerst gesehen, dass es brennt. Die beiden, ja, die kriegen nachher was von mir. Ja, sehe ich, Herr Eder, jetzt muss ich noch was Dummes fragen. Ja? Wie Sie das Feuer gesehen haben, haben Sie allebei Budugl oder so was Ähnliches gerufen. Was haben Sie denn da gemeint damit? Was ich da... Ja, nix. Nix. Wissen Sie, das ist bloß eine schlechte Angewohnheit von mir, dass ich das rufe. Das sage ich allerweil, wenn ich erschrecke. Wissen Sie, so wie der andere Kruzinesen sagt oder sowas. Ja, tut so. Ja. Na ja. Also dann, Herr Eder, ich gehe jetzt und hole meine Frau, nicht? Ja. Da ist da ein bisschen Ordnung gemacht. Ja, ja, sind Sie so gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ja. Am besten gar nicht, nicht? Gar nicht. Sowas ist doch selbstverständlich, dass man Menschen hilft. Na ja. Und meine Frau kommt die Buds dann schon durch hin, und sie hat schon drauf verlassen, dass die alles in der Hand drin ist. Ja. Meister Eder. Meister Eder. Ich, ich will es nie mehr wieder tun. Sind wir, sind wir, sind wir jetzt geschiedene Leute? Ja, Funkel. Willst du mich nicht mehr anschauen? Hm. Ich, ich habe das aber gar nicht gewollt, dass... Brauchst gar nicht reden. Ich weiß, dass du jetzt willst, dass ich gehen soll. Für immer. Ja. Ja. Aber ich, ich kann nicht fortgehen, solange du lebst. Du hast mich gesehen, und ich muss bleiben. Aber, aber wenn, wenn du, wenn, wenn du willst, dann, 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 dann lebe ich nur noch in der Besenkammer. Und, und du bekommst das große, 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 klabauter Ehrenwort. Die Sturmflut soll mich vernichten, wenn ich noch einmal ein Zündholz anzünde. Dieses Ehrenwort habe ich dir jetzt gegeben, und ich lebe fortan in der Besenkammer. Nur noch in der Besenkammer. Vorher aber, vorher aber nehme ich noch diesen Putzlumpen und helfe dir aufputzen. Darf ich? Von mir aus, Frau Muckel, ich gehe jetzt nun da und gebe dir den braven Buben was. Und du? Nein. Ja. Tust, was du tun musst, und tun willst. Meister Eder? Meister Eder? Meister Eder? Das, das, das tue ich ganz bestimmt nie wieder. Ja, diesen Schwur wird der Pumuckl auch ganz bestimmt halten. Nur das mit der Besenkammer, nun ja, ein paar Tage hat der Kobold sich wirklich dorthin verkrochen. Dann allerdings, schließlich ist der gute alte Meister Eder ja auch nicht aus Stein, ist er immer öfter aufgetaucht, und dann hat auch der Schreinermeister wieder mit ihm geredet. Und darüber war der Pumuckl so glücklich und froh, dass er so brav war, dass es fast braver nicht mehr geht.